Sie haben Kinder oder planen, welche zu bekommen? Oder kennen Menschen, die Kinder haben oder planen, welche zu bekommen? Dann können Sie sich oder diesen Menschen eines dieser Ratgeberbücher kaufen. Huch, mein Kind wächst oder das Japan-Modell. Warum Kinder mehr brauchen als Liebe oder so ähnlich. Oder Sie kaufen dieses Buch. Was Sie garantiert nicht darin finden werden, Ratschläge. Denn wenn man Kinder hat, erfahren Ratschläge eine gewisse Inflation. Etwa von Kollegen, die einem beim Mittagessen erklären, warum Kinder bis zum so und sovielten Monat gestillt werden müssen, nicht vor dem so und sovielten Monat in die Kita gegeben und keinesfalls im so und sovielten Monat gegen Masern geimpft werden sollten. Also keine Ratschläge. Dafür 43 Jonas-Ratz-Kolumnen aus der Eltern-Couch-Reihe auf Spiegel Online. Und jede Menge Kinderworte. Sambalamba statt Salamander, Hafersocken statt Haferflocken, Party-Tante statt Patentante, Süchtigkeiten, Mopsarella, Gehirnverschüttung, Handy und Gretel. Ach, wenn Kinder sprechen. Trottelini mit Puma-Sahn. Wahre Geschichten aus dem Leben junger Eltern von Jonas Ratz. Jetzt als Buch, E-Book und Hörbuch erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017